ARD Text im Auftrag von Funk So, gehen wir in rechts rum, zum nächsten Hey, schau dir einfach aus Okay Ähm Ah, ich glaube wir müssen hier die Dinger verbinden Ich glaube, nee, lass sie mal dran, weil ich glaube wir müssen auf die andere Seite die Teile bringen Was meinst du genau? Schau mal, da gibt es überall verteilt scheinbar diese Diese Teile hier Ah, okay Ach du heilige Okay Cody, du kannst das machen Schau, da werden jetzt wahrscheinlich die Blitze Ja, schau, da werden die Blitze zusammengeführt Mhm Ja, der hat ja ne Batterie Ja, wir müssen die hier rüber bringen Ja Du musst hier irgendwas machen Noch Achso, das ist, ne das ist deins Das musst du machen Ja genau Aber, ja genau Du musst mir aber irgendwie helfen Mit? Wo bist du? Ja, aber ich kann hier nichts machen Irgendwo hier zeigte mir an, dass das was ist Okay Aber ich kann da nichts machen Schau mal, vielleicht komm ich irgendwo irgendwo hin Schau mal, vielleicht komm ich irgendwo irgendwo hin Ähm Ah, hier ist was für mich Da kann ich rein Oh Gut, dass ich hier nicht durchgeflitzt bin Okay, ich hab das nächste Ne Dann ist ja auch noch was Aktiviert es mal Äh, ja Okay Ah, äh Bist du grad bei mir? Komm mal zu mir kurz Äh, du musst aber auf die andere Seite kommen Warte mal, da ist wieder so ein Ja, lauf mal zurück Lauf mal zurück Ne, ne, du bist falsch Du bist falsch, du musst wieder komplett außenrum Ja, genau Ja, genau Komm mal zu mir hier, wo die Kissen sind Jetzt links rum dann So, jetzt geh mal rechts auf die Wippe Warte Warte Kommst du hoch? Ne Warte Okay, warte Äh Doch kommst du hoch Doch, ja Okay Äh, warte bleib drauf Weil ich glaube jetzt muss ich einmal hochkommen und dann kommst du auf die andere Seite auch hoch, weil ich mich dann schwer machen muss Oder kann So, was habe ich hier? Ah, hier ist noch eins Okay, warte, ich komm gleich zu dir Okay, warte, ich komm gleich zu dir So, komm wieder zurück Geh wieder auf deine Position Bei dir meinst du? Ja, genau Ja, genau So Wenn jetzt schonmal da ist bei dir was Genau So, und ich weiß wie ich das unter der Kuppel bekomme So, wie bekommen wir das? Du musst den Schalter aktivieren Aber warte, warte, ich muss erst, ich muss erst, ich muss erst, ich muss erst drüber Achso, okay Das bringt jetzt nichts Jo Ah, okay Ah, okay Oh Ja, ich komm rein Ja, ich komm rein Gut, kannst du den Schalter aktivieren Sehr schön Super Ah Okay, wieder rechts rum Zum nächsten Das ist das letzte glaube ich Hm Okay, hier kann ich irgendwas machen Mach mal Ah, ich kann mich klein machen Äh, du musst mit mir hier Ding spielen Ah, okay Ach, du musst die Wände auch aufmachen Okay, fine Das war auf mich Hang on, ich kann nicht auf das Ah, du musst vielleicht die Dinger hier zerstören Okay Kannst du nicht irgendwie drüber springen dann? Äh, ne, ich glaube nicht Ach, du musst umschalten Ja, ja Okay Au Sorry Okay Okay Sag mal, wenn ich's aufwachen soll Kannst los machen, ja Kannst los machen, ja Sag ich's Mach auf Mach auf Mach auf Boah war das knapp Auf Sehr schön Sehr schön Äh, du musst auf jeden Fall irgendwas links machen Oh Oh, ich kann dir irgendwas hier hinschießen, kann das sein? Ja Und jetzt musst du mich rübersteuern Ach so, du bleibst da stehen, okay Ja Ich muss nicht Oh, ich kann bloß das machen Ah, okay Dann mach das jetzt aus Ah, ich kann auch nach oben Mach aus Und jetzt? Hier kann ich nix machen Dann ist ne Rakete Ach, da hinten ist noch ein Regenschirm, sehe ich grad Aber, da ist kein Motor dran, okay Ah, okay, du musst drauf bleiben Bleib drauf Ah, kommst du hier irgendwie her? Zu dir? Ja Aber ich glaube, das ist nämlich die Ding Mit dem Schalter Ja Ja Sehr schön So, jetzt müssen wir eigentlich wieder nach oben Okay, ich gehe wieder auf die andere Seite Okay, ich gehe wieder auf die andere Seite Ich muss die Kontrollräume von deinem E-Bild Oh Computer, bereit unsere Gefahren Gefahren? Was heißt das? Gefahren Ah, warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Wir müssen hier Wir müssen hier die Dinger wechseln Wie hast du das hier gedreht? Das hier? Ach so, einer aktiviert und der andere dreht Okay Ah, okay Ja Aber die drehen jetzt alle Ja 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 Was auf die Ach, warte mal Warte mal Geh weg Ach so, warte das andere Warte, warte, stopp, stopp, stopp Nein Jetzt ist das zu spät Okay, mach jetzt Ja, genau Okay, jetzt kann ich den aktivieren Nice, ich wusste, ich könnte es herausfinden Ah, hallo Es ist kein I in Teamwork Alles klar, Dr. Hakim Okay, Strom kommt Ja Hey, ist unsere Tochter Oha Der spiniert uns in der Nacht Wow Wow Okay, so uh, this is creepy No, look He's tracking her well-being Ja Ja, ja, still super creepy Hey, what does this do? What? No, that can't be right I mean, she, she laughs at least a few times every day We have been arguing a lot recently Yeah? Okay, but... What about her, uh, her worry, huh? What? Oh, ganz schön viele Sorgen No, no, I'm sorry This is the space monkey toy thing He doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this, this creepy place Hey, 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 how about, uh, how about maybe we can, uh, beam ourselves back to Rose from here? No, careful Yeah, boom, it's working It doesn't sound like it Hmm, große Fläche Traitors of evil Bedeutet Ein Boss Und zwar Angehöring-Firma Watch out! Running is futile Ah! Kannst du hier irgendwas machen? Ehm... Kann du, die wir reden Ah! Du musst hier, du musst hier herlocken Versteck dich dahinter Ja, genau. Okay. Oh. Aua. Alter. Au. Ich muss das machen, ich muss das machen. Ja. Kommt sie nicht? Ich bin schon unterwegs. Ah, da ist das knapp hier. Ja, jetzt sag ich mal, wann kommt dein Ding? Okay. Aber der hat so drei Abstände irgendwie, das sieht mir nicht ganz da höher aus. Was haben wir? Er hat so eine Lebensleiste, da sind zwei so Stiche drin, das heißt, ich glaube, das sind dann immer so, dass er sich dann irgendwie... So abschnittet. Ja, genau. Ja. Äh, hier ist es halt. Ja. Gut. Oh. Boah. Boah. Ich geh wieder drauf. Mhm. Ach du, schau mal, hinter mir ist die Wand mit der Gravitation, da musst du hochgehen. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, hab ich mir doch gedacht. So. So. Boah. Du musst irgendwas machen. Ah, ein Laser. okay okay oh raketen kommt das hat weh getan ach man kann die raketen jetzt nehmen alter super ich hab falsch gelenkt na wo bist du mein äffchen na jetzt hab ich auf dein bild schon geschaut alter alter hab ich ich greife ihn mir wieder ich muss da rein okay okay im schleudersitz boah das kommt immer mehr von die crash bandicoot Mist Mist was musst du denn machen du musst nur überleben das ist gar nicht so leicht ich bin gleich am ziel denke ich hoffe ich das ist immer mehr linien ich werde mit dem ich werde dich nicht mehr mit dem ich werde dich nicht mehr ah Mist Boah, ey, was ist das hier? Kannst du dich ein bisschen beeilen? Ich habe fast keine Flecken mehr, wo ich umlaufen kann. Scheiße! Das schaffst du schon! Ja, ich habe es. Oh, danke. Das schaffst du schon. Was ist passiert? Ich bin bereit! Ich gehe nach ihm! Hey! Ich habe etwas gefunden. Ich glaube, wir können es benutzen. Keine Ahnung, was du nicht würdest! Ja, einfach vertraut mir! Okay, ich gehe in die Sicht! Ah! 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 Jetzt muss ich ihn treffen, oder? Ich gehe in die Sicht, oder? Ja! Nach oben, gerade! Nach oben, gerade! Ja, da ist er! Hab ich! Ah! 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 Ich gehe in die Sicht, oder? Ich gehe in die Sicht, oder? Ah! Ah! Ich gehe in die Sicht, oder? 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 Ach! Ich gehe in die Sicht, oder? Jetzt haben wir bei Toy Story! Ach! Ach! Die Peut tun uns! Schatz! Vielleicht ist das ein Verständnis, aber wir sind uns! Wir sind Mutter und Vater! Rose! Wir brauchen Hilfe! Wir brauchen uns! Sie können nicht sehen uns! Schatz! Wir brauchen zu sprechen! Wir brauchen die Schmerzen, um die Schmerzen zu verbrechen. Schatz! Sie können uns nicht fühlen! Oh, was werden wir tun? Warte, warte! Warte, warte! Wir haben die Macht, um die Schmerzen zu verbrechen, um ihre Augen zu bekommen. Ja, das ist perfekt! Wir brauchen... Wir brauchen etwas, was Rose liebt, um sie zu schmerzen. Was? Die Schmerzen. Rose liebt sie. Sie ist eine Schmerzen. Wir brauchen die Schmerzen. Wir machen Rose schmerzen. Oh, mein Gott, Mei. Das ist eine großartige Idee! Haha! Sie können die Schmerzen! Ja! Boom! Haha! Alright, jetzt müssen wir... Wir müssen einfach durch die Schmerzen. Das wäre viel einfacher, wenn du die Schmerzen hast. Ja, auf jeden Fall habe ich nicht eine Schmerzen zu kaufen, die wir uns verbrechen haben. Oh, schau dir die Schmerzen. Ja. Woohoo! Ah! 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 Oh! Oh, mein Nose ist schmerzen! Ja, das ist die Schmerzen. Wir müssen uns auf der Schmerzen zu schmerzen. Achschschu! Ja, das ist wichtig. Jetzt mal. Sie hat so viele Schmerzen. Ja! Ja, genau! Eine weniger wäre ein gutes Ding. Oh, sie liebt das Elefant, doch. Wir müssen später eine Verwendung kaufen. Ja! Ja! Wir müssen einfach eine Verwendung kaufen. Ja, es ist Zeit für ein neues Freund. Aber ich dachte, sie hätte die Elefants verbrechen. Sie hat! Schau mal. Hier rechts ist so eine Wand. Äh, ja, warte mal. Da ist doch irgend... Ups. 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 Das ist Feuer. Ja. Definitiv. Müssen wir jetzt hier, oder müssen wir dort geradeaus? Magic Castle. Magisches Schloss. Hm. Ich glaube, wir müssen... Ups. Ups. Let's do it, Cody! Oh, Deo. Ah, bei Deo ist ein Minispiel. Oh, Deo. Das kann ich. Oh, weh. Hoffe ich. Bleibe möglichst lange auf den Bullen. Okay, was sollen wir machen? Wahrscheinlich mit einem Stick irgendwie. Ich bin bereit, dich zu sehen. Das wird nicht passieren. Ich bin zu diesem Bullen. Ah, die Knöpfe drücken. Okay. Oh, weh. Das wird ein langes Spiel. Ich denke, das wird... Ja, es ist schneller, ja. Hehehehe. Come on! That's right! That's it! Mist. Ups. 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 Hehehehe. Easy! Nice! Yes! Hehehehe. Ups. Ich hab drei Stück verkackt. Hehehehe. Okay. Wird auch nicht so lang gespielt. Hehehe. Hehehe. Ich hab die Mütze von Indiana Jones gefunden. Hehehe. 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 So, und wo ist das andere? Wo ist die andere Russell? Oder was heißt? Ach, da unten ist ein Bällebad. Ja, cool. Der springt da runter. Hehehe. Oh, okay. Hehehe. Oh, schau mal. Schau mal, hier ist ein Auto. Irgendwie. Schau mal. Ah, ja. Ja. Ah. Oh, ich hab's gleich. Ah, so. Oha. Hehehe. Ach, da ist die Sprungschanze. Oben, links. Links, links, links. Schau bei mir. Schau bei mir. Hey, ich seh's. Ich seh's. Was ist das? Hä? Aber ich glaub, ich... Oh, komm. Hehehe. Hier, du mal ran. Also, ich... Kannst du mich ran schieben, Herr Wink? Ich versuch's grad. Ah, warte mal. Ich muss, glaub ich, mir Anlauf nehmen. Ja, wenn das was hilft. Hoff ich. Hoff ich. Und abfahrt. Oha. 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 Das war mir zu viel. Das geht nicht zu viel. Das war mir zu viel. Das war ein bisschen viel, ja. Und... Abfahrt. Passt, passt, passt. Hey, schon wieder zu viel. Mach... Mach ein bisschen bloß. Ja. Ja. Das reicht, glaub ich, oder? Passt. Ja, lass. Lass. Lass gehen. Schon wieder zu viel. Ui. Das gibt's doch nicht. Okay. Das hat zu viel PS, das Auto. Stopp. Schon zu viel. Sagst du? Nee. Hä? 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 Ach man. Hä? Zu langsam. Hä? Irgendwas war irgendwie doch falsch hier. Ja! Ach man. Okay. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt da lang. Gehen wir mal zu diesen da. Ja. Wann war das letzte Mal, dass du in einem Ballpinn bist? Oh! Da war die kleine Rose, der mich inbaut. Wir sollten inbaut. Das wäre Spaß. Ja! Wir müssen jetzt hier erstmal was lösen. Ja, mit Sicherheit. Aber ich wollte bloß schon, ob da unten vielleicht die so ein Minispiel gibt oder irgendwas. Kannst du hier immer noch groß machen? Mehr oder? Nein. Ah, schau mal, da kannst du rechts... rechts rumlaufen. Mhm. Ah. Du jetzt auch, oder? Ja. Hä? Hä? Was soll ich da machen? Mann! No fun! Ich springe dagegen mit, 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 äh, kreisvierig, Mann! Ja, aber blinkt er nicht. Ja, aber blinkt er nicht. Reisvierig, nicht doppelt, nicht doppelt, äh, reisvierig, Session. Macht nichts. Der hält sich nicht fest. Hä? Warte. Grün oder, oder? Ah, ok. Ah, ok. Ach so. Oh. Ah, ok. Auf, auf, auf treiben. So. Ja. So. Eins. Zwei. Treib. So, meine blau. Eins. Zwei. Treib. Ja, passt. Ja, blitt auf. Du warst irgendwo drauf gerade. Auf der vier, ach so. Ach, da ist die vier. Ok. Ach, du kommst... Du kommst weiter, ja. Schau mal da unten, schau mal bei mir. Hinter dem Wasserfall von den Bällen, ne? Da ist ein Raum drinnen. Siehst du's? Na, vielleicht kommen wir da auch hin später, warte mal. Hele ich mal ein bisschen. Und es geht nach... Ja, ja, bis jetzt was. Jawohl, was? Jetzt rede ich mal... ...dann zieg nach links. Äh, nach rechts, zum Lab. Hm, vielleicht kommen wir rein. Schauen wir mal. Geben wir auf die sechs. Ah. Ha. Ja, aber da komm ich jetzt zu dir. Der ist... ...ok eigentlich. ...hörst du mir? Aber da unten ist auch noch irgendwas. Okay. Aber da unten ist auch noch irgendwas. Ich muss das schaffen. Jo. Wir kommen dann hier, der vorne hier raus. Wenn wir hier durch das Loch gehen anscheinend. Probieren wir es. Oh, ich hoffe wir nicht in irgendwelchen Meissen. Ja. Vielleicht sind sie am liebsten. Und eigentlich helfen uns in dieser Welt. Oh, die Chance. Jetzt. Irgendwas können wir hier machen. Ja. No, man. Nö. Okay. Okay. Schön. Ah. Boah. So. 1, 2, 1. Ja, ich bin drüben. Ah, zu langsam. So. Was sollen wir da machen? Okay. Oh. Ach so. Da brauche ich dich dann. Okay. Bin da. Warte mal. Schau mal, wenn du auf ein Schwein gehst. Jetzt kannst du dich rüber...ziehen. Okay. 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 Und auf der anderen Seite musst du wahrscheinlich einen Frosch... Einen Frosch... Irgendwie sehen oder so. Hey, du musst, du musst, du musst. Ich muss das machen. Ja. Aber ich habe keinen Hund. Hä? Ich hatte die Maus. Du musstest aber bei der Maus bleiben. Okay. Dann schaue ich bei dir auf dem Bildschirm. Okay. Ich geh vor. Eine Maus. Ein Pferd. Löwe. Pferd. Ja, okay. Ja, ja, ja. Äh... Maus. Maus. Ja. Äh... Schwein. Äh... 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 Ich wusste mal, wir schauen mal, den gab es bis jetzt noch nicht. Scheiße. Okay. Schwein. Maus. Ja. Ja. Okay. Maus. Ja. Pferd. Ja. Was war das nächste? Äh... Maus. Maus. Und dann diesen Bär. Ah ne, Schwein. Schwein. Und jetzt Bär. Bär. Okay, jetzt musst du bei mir schauen. Warte. Warte. Ja, ja. Okay. Merk dir die, die Dinger, was du hast. Du hast einen Frosch, einen Löwen, ein, äh... Ding, ein Schaf und ein Hund, okay? Okay. Alles klar. Alles klar. So. Und? Und? Mach kein Doppelschwung. Schaf, 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 schaf. Ja, ja. Du musst es nicht sagen, weil ich kann nicht so schnell auch bei dem Schirm schauen. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Und? Und? Löwe. Schaf. Schaf. Ähm, schaf. Schaf. Okay, jetzt habe ich's. Schaf. und löwe jetzt habe ich eine kuh ach du kommst jetzt zu mir ok jetzt muss ich auf dich warten okay hang on cody i'm hanging und 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 und